So liebe Leute, ich war letzten Sonntag mit den Smartgebern beim EWE Wintercup und hab dort ein bisschen was erlebt, ein bisschen moderiert sogar. Das könnt ihr nämlich auf dem Channel von den Smartgebern sehen. Wenn ihr einfach unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt, könnt ihr das Video sehen. Ja, das ist jetzt keine Werbung, wofür die mich engagiert haben oder sowas, sondern ich habe dort auch privat ein wenig gefilmt und da alles so chaotisch geworden ist, dass ich damit echt nicht zufrieden war, habe ich mich dazu entschieden. Okay, du sagst vorher ein paar Worte, dass man weiß, worum geht es und dann zirkst du einfach so ein bisschen was mit Musik und so. Vielleicht labere ich zwischendurch noch ein bisschen. Es ist auf jeden Fall alles sehr chaotisch, weil ich meine beiden Kameras verliehen habe. Das ist meine neue Kamera, mit der ich filme. Ich sage da noch nicht zu viel, darum vielleicht mache ich mir nochmal so ein Unboxing. Ich habe schon Unboxing gemacht, aber es ging ein bisschen schief. Ich labere nicht viel weiter rum, es geht weiter mit dem EWE Wintercup bzw. los. Ich habe gerade den ultimativen Fotobombing gemacht. Sie hat gerade ein Foto gemacht mit einer GoPro, hat es nicht gesehen. Und dann habe ich mich einfach hingestellt, habe einfach so D-D gemacht. Richtig cool. Ich glaube, ich spreche sie gleich mal an und dann seht ihr jetzt einen coolen Kick. So hochhalten. Willkommen, hier sind die Fußballfreestyler Nina. Und Julian. Und ihr dürft uns auch gerne auf YouTube abonnieren. Nina Windmüller und Julian Hollersen. Ich zeige euch jetzt ein paar Fußballfreestyle-Tricks. Hospice, alles klar? Ja. Wenn ihr das seid. Ja! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020